Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschenlampen at Night. Ich stelle heute die MSITC HeikeLight MT07 Buffalo vor. Die HeikeLight MT07 Buffalo ist mit einer XHP70 N4-LED ausgestattet und liefert maximal 5000 Blumen. Die Lampe ist als Thrower konzipiert und bietet auch eine entsprechende Reichweite. Hier in der höchsten Lautstufe mit 5000 Blumen. Eine Stufe Niedriger. Und hier wieder der Turbo Mode mit 5000 Blumen. Nochmal alle Stufen im Vergleich. Hier der Low Mode. Eine Stufe höher. Und nochmal abschließend der Turbo Mode. Untertitelung des ZDF, 2020 2. 3. laugh